Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Landschafts-Simulator 19 aus dem Nordrheinischen Marsch Wir kaufen jetzt Stroh zum Superpreis Und wir machen noch die Feldmission weiter auf Feld 16 Wir sehen zurzeit Hafer auf Feld 2 aus Ja und ist gerade wieder etwas leer Das ist ägerlich Dazu sehe ich noch ein bisschen was zu machen Zumindest noch dreimal Sackgut holen Ich brauche keine Heidenarbeit Das Gerüst hat er hier Ich brauche Ich brauche Ich brauche Ich brauche schnell zum Hof und Sargut rein, wieder zurück Verzwalt, fast fertig Ja, ist noch ein kleiner Die größere Maschine Ist noch eine andere Sorte, normale Sehmaschine Könnte auch 18 kmh mit dem Case, zwar 9 PS weniger als gefordert Aber das geht schon So, Sargut Dünger brauchen keinen Sargut Und wir zurück Ich bin gespannt Wenn der Patch von der Beta in die normale Version übergeht Aber irgendwann ist es schon so weit Wir testen ja viele Die Karten nicht drauf Da ist hier Lenkung total versagt Lenkung ohne Widerstand ist Das ist nicht das Richtige Ausklappen Hier ist ein kleiner Hügel Aber nur klein Aber nur klein Der fährt wieder Ist das nicht fertig? Junge Ich hab ihn gesaugt Aber das weiße ist weg Das ist auch komisch Das ist auch komisch Das ist auch nicht Blöd Das ist auch komisch Ich hab ihn mit Schnell hin und Auf Ich hab ihn mit Ich hab ihn mit Ich hab ihn mit Ich hab ihn mit Diesmal Khad mir richten Stress Hier Ich wollte eigentlich was kaufen die später werden trotzdem fall Gönner ist teuer. Aber ist halt so, ne? Wie gesagt, später werden wir auch die Maschinen haben für... Wegen Baumwolle, Baumwolle weniger, aber wegen Mais und... Sonnenblumen. Damit die Schuhe noch einklappen. Bisschen Abwechslung reinkriegen. Aber das passt schon so. Aber erstaunlicherweise kam er mal da kalt weg. Trecker sauber. Das gehört auch ein bisschen angepasst. Und da kommt nichts raus von dir. Das ist halt fast schon so. Hinten mal ein bisschen zu machen. Also die Ausfahrt haben wir fertig. Bis hier und nicht. Und Stroh sammeln und Kalk vorbereiten. Wahnsinn. Und da kommt es in. 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 Kommt hier auch noch, aber das machen wir alle am 1 nachher, wenn wir mal sehen, ob wir das Heifeld Heils bestellt bekommen, jetzt haben wir knapp vor 13 Uhr in-game, die andere Uhr fast nicht, ein Stück Blüchel Bockt Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Noch ein Meter, noch ein Meter Ja, noch ein Meter Ja, noch ein Meter, noch ein Meter Ja, noch ein Meter Ja, noch ein Meter So Gerettet Alltags will ich froh gewesen sein Das Ende ist soweit erreicht Würde mich auf einem Wiedersehen freuen Ich sag mal winke winke, bye bye, auf Wiedersehen Ja, noch ein Meter Ja, noch ein Meter Ja, noch ein Meter Das Ende ist soweit Ja, noch ein Meter